Also heute klassisch mit Streck-I-R. Hatte ich nicht umgehauen, ja, dachte ich mir. Fliegen ist halt noch mal besonders speziell, aber ich mach's halt gern und ich werde es auch mal wieder machen. Ich such halt weiter nach einer besseren Lösung. Pacecam ausmachen, das sieht komisch aus. Ja, mein Doppelkin, oder? Mein Doppelkin. I-N-T3. Ich seh grad OBS-Zweck, äh, leckt. Läuft das Stream gut? Läuft Junge. Läuft Essig. Ich muss mal gucken was da los ist. Irgendwann ich den Kopf bewege. Oh fuck, ich hab sein Rad erwischt, ich erwisch sein Rad. Ich hoffe es fängt sich. Wenn nicht, muss ich noch mal kurz gucken. Ich sehe wie meine Internetleitung hoch, runter, hoch, runter. Also auf 9.000 runter, auf 3.000 unten ist es komisch gerade. Hi, wie geht's dir? Ich habe einen schönen Sonntag gehabt. Oh je. So wie cool, einen wunderschönen Abend wünsche ich dir. Wie geht's dir? Ja, wir hatten aber auch schon Reiken. Das hört sich immer so falsch an. Sehr schön. So und jetzt kommt nimm Geschwindigkeit. Und Achtung Kamera, Achtung Kamera. Und jetzt kommt nimmst die Aufmerksamkeit. Und jetzt kommt nimmst die Aufmerksamkeit. Und jetzt kommt nimmst die Aufmerksamkeit. Okay, witzlos, ein Panzer 4. Aber da war doch... Wow! Gepard. Okay. Auf die ausgebiedenen Koordinaten. Nee, heute nicht. Heute nicht. Ähm... Bei Panzern macht's noch kein... macht's noch absolut gar keinen Sinn. Weil, wie ich ja gestern gezeigt hab, du an die Wanne gebunden bist. Und dann das umgucken... Ich bin auch immer noch nicht zufrieden mit der Qualität, die da rüber kam. Das ist... Ja... Es hat Spaß gemacht. Und, äh... Es gab auch teilweise gutes Feedback. Ähm... Ach, selber gesimmt. Ausrufezeichen, Gummiko. Ähm... Aber... So richtig hundertprozentig bin ich noch nicht glücklich mit dem Wies aus, äh... Und wie gesagt, Panzer fahren mit VR bringt auch nix. Was ist das für ein Clip? Was ist das für ein Clip? Was ist das für ein Clip? Dein Arm in Action, okay? Hör ich mein Arm an. Mamii, 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 nanananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananana Ah fuck it. Ah! Ok. Hier ist die Runde Scheiße gelaufen, perfekt. Aber ihn haben sie auch erwischt.